Das ist ein sehr gutes Motto, was auch ein Stück weit zu unseren Tugenden passt, dass wir alles bis zum letzten Ende geben, dass wir kämpfen, dass wir rennen, dass wir niemals aufgeben. Da gehören natürlich die Zuschauer mit dazu. Man sagt nicht umsonst, wenn die Fans hinter der Mannschaft stehen und Alarm machen, dass sie dann der zwölfte Mann sind. Das ist ein Stück weit zufrieden. Ich bin 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 ein Stück weit zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020